Die restlichen Videos, wo ich meine Mutter gedreht habe, mache ich noch das letzte Video von heute und dann ist es wirklich fertig. Dann verspreche ich euch das letzte Video. Und ich gönne mir jetzt etwas und zwar nach zwei Stunden ist Freitag. Und lass ein Abo da, wie immer. Meine Mutter auch ein Like da, gell? Schau in die Kamera, schau in die Kamera. Lass ein Like da. Ja, gut, schau mal hoch. Sag du auch ein Like. Sag du auch ein Like. Like. Bitte. Bitte. Hoppa. Ich ziehe jetzt etwas rein und zwar, ihr kennt das alle. Extra Flavor, Zweifel, Inferno, Hölle Schafe und Inferno Waves. Gönne ich mir. Die habe ich übrigens seit letzten Samstag, äh, letzten Freitag, ähm, letzten Donnerstag. Ich habe noch gar nicht gegessen, aber jetzt wird es scheiße. Hier steht extra Waves und hier steht noch Chips und noch einen, wie sagt man das? Wie sagt man das? Chips? Nein, ach so. Oh, 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 oh. Du bist ein bisschen aufgeregt und weiter. Sieh, sieh, für ein Teufel. Ah. Wie du? Teufel, genau. Meine Mutter hat gesagt, wie ich Teufel, ich bin auch ein Teufel, ich könnte schon ein bisschen auf den Kopf packen. Ich finde, du kannst etwas, was du tun kannst, Giuseppe, du kannst mir das. Du bist ein Teufel. Nein, aber für dich heute nicht kann man nichts tun. Lasst du es, lass uns mal. Wenn du die Videospie hast, wie du? Uuuuh. Ah, wie...